Ein Bruch! Ich hab doch gedacht, guckst du rein oder guckst du nicht rein ins Fernglas? Naja manchmal ist es eben besser, dem Leid kein Gesicht zu geben. Was ist mit Bukais? Die? Barschau? Matisse? Lapper? Das waren die Streifen! Kein Urlaub! Lapper? Nettnöck-Eis-Negas? Was könnten die sagen? Denkst du, wir reden über uns? Jemanden, der so dringend raus will, aus seinem Leben, kann man darin nur unterstützen. Für welches Geschäft soll das gut sein, bitte? Sie sind eine Tankstelle. Da unterscheiden Sie mich. Ich gleiche Zurückgleichungen an die Grenze aus. Wo es kein Durchkommen gibt. Gibt es eine Nachfrage nach Durchkommen. Und darauf partiert auch mein Angebot. Gäste zu einem BÖSELF. Gäste zu einem BÖSELF. Ich bin ein. Wäste dassel und die FLY-Eisern. Bei mir im Neues ist das geschenkt.